Sie hören »Der Lack ist ab. War's das schon oder kommt noch was?« von Kai Wiesinger. Gelesen vom Autor. Mit der Gaststimme von Bettina Zimmermann. Ein Hörbuch des Argon-Verlags. Ein paar Worte vorweg. Na, bröseln Sie auch schon so langsam vor sich hin? Fühlen Sie sich jünger, als Sie aussehen, Knie und Rücken mal ausgenommen? Sind Ihre Arme schon zu kurz, um die Schrift auf dem Handy scharf zu sehen? Stimmt's? Sie sind 40 plus und hätten den Rückseitentext dieses Hörbuchs eigentlich viel besser mit einer Brille lesen können. Sie haben auch das Modell mit 0,5 oder, wenn Sie schon 45 sind, das mit 1,5 Dioptrien in der Drogerie oder am Flughafen gekauft, aber Sie haben sich noch nicht daran gewöhnt und ist folglich nicht immer dabei. Sie haben sich dieses Hörbuch wirklich selbst gekauft? Mutig. Dafür verspreche ich Ihnen, hier finden Sie ehrliche Antworten auf viele Fragen, die Sie sich seit kurzem stellen. Und Sie gewinnen die tröstliche Gewissheit, dass Sie mit dem Scheiß nicht alleine sind. Wir alle fühlen uns viel jünger, als wir tatsächlich sind. Und wir alle fragen uns, was ab der Mitte des Lebens denn eigentlich noch kommt und wie wir mit unserem Zustand am besten umgehen sollen. Aber wer kauft schon ein Hörbuch mit dem Titel »Der Lack ist ab« für sich selbst? Im Darknet vielleicht. Den meisten Männern wäre ein solcher Kauf unter den Augen von Millionen glücklichen, jungen, supercoolen und erfolgreichen, nie alternden Menschen wohl ebenso peinlich wie die Frage nach extra kleinen Kondomen. Ich gehe also davon aus, dass Sie dieses Hörbuch geschenkt bekommen haben. Von einem Freund oder einer lieben Freundin, die originell sein wollten und auf das gemeinsame Alter anspielen. Wahrscheinlich hat sie oder er es an ihrem 40. Geburtstag mit den Worten »Willkommen im Club« auf den Gabentisch gelegt. Sie haben beide gelacht und gemeinsam versucht zu überspielen, dass sie sehr wohl wissen, was da im Gange ist. Der Blick in den Spiegel wird es ihnen schon angekündigt haben, wie auch das stetig anwachsende Sortiment der Tuben und Döschen auf der Badezimmerablage. Doch Sie haben Glück. Sie haben jetzt dieses Hörbuch. Es ist ein wichtiges Hörbuch, zumindest für mich, denn ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, die uns permanent auffordert, die Wahrheit zu verdrängen. Und darauf dürfen wir uns nicht einlassen. Wofür stehen wir Männer denn noch, wenn wir nicht einmal mehr zu uns selbst stehen? Bis vor kurzem war alles noch so klar. Es ging fast ausschließlich um Sex und ein bisschen um Geld und Macht und anderen Spaß, aber mit zunehmendem Alter hat sich da etwas verschoben und unser Selbstbild stimmt nur noch bedingt mit dem Spiegel überein. Unsere Hülle beginnt den Geist aufzugeben. Und es sind leider nicht nur die Äußerlichkeiten, die wir anders in Erinnerung haben. Wir funktionieren auch nicht mehr so reibungslos wie einst. Noch ist es kaum spürbar. Doch es bröselt an und in uns so langsam vor sich hin, bis wir aufgeben, den Jungen das Feld und die Frauen überlassen und den nächsten großen und letzten Aufschlag erst wieder als Opa haben. Was klingt wie ein böser Traum, hätte noch bis eben ihr Leben werden können. Doch jetzt wird alles gut. Sie werden durch die folgenden Kapitel erwachen. Sie werden erkennen, dass unsere große Chance die Wahrheit ist. Machen wir uns nichts vor. Das Leben ist endlich und dauert nicht sehr lange. Jedenfalls nicht so lange, wie ich früher dachte. Es kann einem eine Menge Mist begegnen und wir können viele falsche Entscheidungen treffen. Das Dümmste aber wäre, jetzt klein beizugeben. Machen wir also das Gegenteil. Visier hochklappen und let's face it. Wir sind neuerdings in einem Club, dem keiner freiwillig beitritt, zu dem aber alle eines Tages gehören werden. Der einzige Verein ohne Mitgliedsausweis oder besondere Privilegien, die größte weltumspannende Gruppe von Menschen, die in einem Boot sitzt. Die Überfahrt aus dem Paradies der Jugend, ganz plötzlich, ohne Vorwarnung und ohne Ticket unterwegs, in einer immer unschärferen Zukunft, gepflastert mit Rücken- und Trennungsschmerz, Kameras in den Gedärmen und verfolgt von der Frage, ob man mit dem Partner noch etwas anfangen kann, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Mir geht es genau wie Ihnen. Wir sind im gleichen Alter und da ich, wie Sie, festgestellt habe, dass nun so manches unausweichlich auf uns zukommt, von dem wir bis vor kurzem noch nie etwas gehört haben, möchte ich Ihnen mit den folgenden Kapiteln etwas an die Hand geben, das Ihnen hilft, den Weg bergab wenigstens fröhlich zu rutschen, statt verkrampft und einsam im Jugendwahn hinabzustolpern. Und schon nach wenigen Schritten werden Sie von all Ihren Idolen empfangen, die Sie mit 15 angehimmelt haben. Aber auch an Helden nagt der Zahn der Zeit. Auch Sie haben nicht die ewige Jugend gepachtet und dennoch nichts von ihrer Strahlkraft eingebüßt. Ist das nicht tröstlich? Nehmen wir Brad Pitt oder Tom Cruise. Auch deren Pobacken pressen sich beim Gedanken an den Urologen und die kleine Hafenrundfahrt... Und die kleine Hafenrundfahrt... Und die kleine Hafenrundfahrt... Und die kleine Hafenrundfahrt in sehr vielenерв sch 빼b... Vielen Dank.